Reise zum Mittelpunkt der Erde. Kapitel 1 Mein Onkel macht eine große Entdeckung. Mein Onkel macht eine große Entdeckung. Mein Vater ist gestorben. Ich habe bei meinem Onkel in Deutschland gelebt. Ich habe bei meinem Onkel in Deutschland gelebt. Ich habe bei meinem Onkel in Deutschland gelebt. Er löt mich ein, bei ihm zu studieren. Er löt mich ein, bei ihm zu studieren. Er löt mich ein, bei ihm zu studieren. Sein Zuhause war in einer großen Stadt. Sein Zuhause war in einer großen Stadt. Mein Onkel war Professor für Geologie, Philosophie, Chemie und Mineralogie. Mein Onkel war Professor für Geologie, Philosophie und Mineralogie. Mein Onkel war Professor für Geologie und Mineralogie. Eines Tages war ich in Labor. Eines Tages war ich in Labor. Mein Onkel war nicht da. Mein Onkel war nicht da. Mein Onkel war nicht da. Ich wurde hungrig. Ich wurde hungrig. Plötzlich kam mein Onkel durch die Vordertür. Plötzlich kam mein Onkel durch die Vordertür. Er eilte die Treppe hinauf. Er eilte die Treppe hinauf. Er eilte die Treppe hinauf. Mein Onkel ist kein schlechter Mensch. Mein Onkel ist kein schlechter Mensch. Aber er hat ein schlechtes Temperament. Er ist sehr ungeduldig. Er ist sehr ungeduldig. Er erwartet, dass man ihm gehorcht. Er rief nach mir. Er rief nach mir. Ich stieg die Treppe hinauf. Ich stieg die Treppe hinauf. Bevor ich sein Zimmer erreichen könnte, rief er noch einmal nach mir. Er stimmte mit deinem Fuß auf dem Boden. Er stimmte mit deinem Fuß auf dem Boden. Er stimmte mit deinem Fuß auf dem Boden. »Kommst du nach oben«, rief er. »Kommst du nach oben«, rief er. »Kommst du nach oben«, rief er. »Mein Onkel war ein sehr gebildeter Mann.« Mein Onkel war ein sehr gebildeter Mann. Er lernte ständig. Er las viel Bücher. Er las viel Bücher. Manchmal las er die ganze Nacht. Sein Lieblingsfach war die Mineralogie. Ich teilte sein Interesse. Ich habe alle seine Vorlesungen besucht. Ich habe alle seine Vorlesungen besucht. Wir hatten viele Mineralienproben gesammelt. Wir hatten viele Mineralienproben gesammelt. Wir hatten viele Mineralienproben gesammelt. Mein Onkel kommuniziert mit vielen großen Wissenschaftlern. Mein Onkel kommuniziert mit vielen großen Wissenschaftlern. Mein Onkel war 50 Jahre alt. Mein Onkel war 50 Jahre alt. Mein Onkel war 50 Jahre alt. Er war groß und dünn. Er hatte eine große Brille. Er hatte eine große Brille. Er hatte eine große Brille. Er hatte Glubschaugen. Er hatte Glubschaugen. Er hatte Glubschaugen. Sein Nase war sehr dunn. Er mochte Tabak. Er mochte Tabak. Wir wohnten in einem schönen Haus. Das Haus lag an einer sehr schönen Straße. Das Haus lag an einer sehr schönen Straße. Er lag in Zentrum der Stadt. Er lag in Zentrum der Stadt. Er lag in Zentrum der Stadt. Es war in Hamburg. Es war in Hamburg. Es war ein altes Haus. Es war ein altes Haus. Es war halb Ziegelstein und halb Holz. Es war halb Ziegelstein und halb Holz. Wanderer E.V. wuchs auf dem Haus. Wanderer E.V. wuchs auf dem Haus. Ein prächtiger alter Baum wuchs über der Tür. Mein Onkel war reich. Mein Onkel war reich. Mein Onkel war reich. Ihm gehörte. Ihm gehörte das Haus. Er hatte ein beträchtliches Einkommen. Er hatte ein beträchtliches Einkommen. Er hatte ein Patentoktor. Er hatte ein Patentoktor. Er hatte ein Patentoktor. Ihre Name war Gretchen. Sie lebte bei uns. Sie lebte bei uns. Ich habe die Mineralogie geliebt. 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 Ich habe Kieselsteine geliebt. Mein Onkel war sehr ungeduldig. Mein Onkel war sehr ungeduldig. Wir hatten Blumen. Wir hatten Blumen. Mein Onkel stand frühmorgens auf. Mein Onkel stand frühmorgens auf. Er würde an den Blättern der Blümer ziehen. Er würde an den Blättern der Blümer ziehen. Er würde an den Blümer ziehen. Er dachte, er könne die Blumen schneller wachsen lassen. Er dachte, er könne die Blumen schneller wachsen lassen. Er dachte, er könne die Blumen schneller wachsen lassen. Das Arbeitszimmer meines Onkels war wie ein Museum. Es hatte viele Mineralien. Es hatte viele Mineralien. Es hatte viele Mineralien. Ich kannte alle Mineralien. Ich nahm an der Studie teil. Mein Onkel lasst gerade ein Buch. Mein Onkel las gerade ein Buch. Es war ein altes Buch. Es war ein altes Buch. Das Buch würde in alte isländische Sprache geschrieben. Ein Stück Papier fiel aus dem Buch. Ein Stück Papier fiel aus dem Buch. Es waren mysteriose Kritzeleien auf dem Papier. Der Koch rief uns zum Abendessen. Der Koch rief uns zum Abendessen. Ich esse nicht zu Abend, rief mein Onkel. Ich esse nicht zu Abend, rief mein Onkel. Ich war hungrig. Ich war hungrig. Ich ging in Esszimmer. Ich ging in Esszimmer. Ich setze mich an der Tisch. Ich setze mich an der Tisch. Ich hatte drei Minuten auf meinen Onkel gewartet. Ich hatte drei Minuten auf meinen Onkel gewartet. Ich hatte drei Minuten auf meinen Onkel gewartet. Ich hatte Kalbsfleisch gegessen. Ich hatte Kalbsfleisch gegessen. Ich hatte Wein getrunken. Ich hatte Obst gegessen. Ich hatte Obst gegessen. Mein Onkel hatte nicht gegessen. Mein Onkel hatte nicht gegessen. Mein Onkel hatte nicht gegessen. Der Koch war verärgert. Der Koch war verärgert. Der Koch war verärgert. Sie hatte hart gearbeitet, um das Essen zu zubereiten. Sie hatte hart gearbeitet, um das Essen zu zubereiten. Ich hatte das Essen meines Onkels gegessen. Ich hatte das Essen meines Onkels gegessen. Ich hörte die laute Stimme meines Onkels. Er rief nach mir. Journey to the Center of the Earth Reise zum Mittelpunkt der Erde Reise zum Mittelpunkt der Erde Reise zum Mittelpunkt der Erde Chapter 1 Kapitel 1 Kapitel 1 Kapitel 1 My Onkel makes a great discovery. Mein Onkel macht eine große Entdeckung. Mein Onkel macht eine große Entdeckung. Mein Vater ist gestorben. Mein Vater ist gestorben. Mein Vater ist gestorben. I lived with my uncle in Germany. Ich habe bei meinem Onkel in Deutschland gelebt. Ich habe bei meinem Onkel in Deutschland gelebt. He invited me to study under him. Er lud mich ein, bei ihm zu studieren. Er lud mich ein, bei ihm zu studieren. Er lud mich ein, bei ihm zu studieren. Sein Zuhause war in einer großen Stadt. Sein Zuhause war in einer großen Stadt. Sein Zuhause war in einer großen Stadt. Mein Onkel war Professor für Geologie, Philosophie, Chemie und Mineralogie. Mein Onkel war Professor für Geologie, Philosophie, Chemie und Mineralogie. One day I was in the laboratory. Eines Tages war ich in Labor. Eines Tages war ich in Labor. My uncle was not there. Mein Onkel war nicht da. Mein Onkel war nicht da. I became hungry. Ich wurde hungrig. Ich wurde hungrig. Suddenly my uncle came through the front door. Plötzlich kam mein Onkel durch die vor der Tür. Plötzlich kam mein Onkel durch die vor der Tür. Plötzlich kam mein Onkel durch die vor der Tür. He rushed upstairs. Er eilte die Treppe hinauf. Er eilte die Treppe hinauf. Er eilte die Treppe hinauf. Mein Onkel ist kein schlechter Mensch. Mein Onkel ist kein schlechter Mensch. Aber er hat ein schlechtes Temperament. Aber er hat ein schlechtes Temperament. Aber er hat ein schlechtes Temperament. Er ist sehr ungeduldig. Er ist sehr ungeduldig. Er ist sehr ungeduldig. He expects to be obeyed. Er erwartet, dass man ihm gehorcht. Er erwartet, dass man ihm gehorcht. Er erwartet, dass man ihm gehorcht. He shouted for me. Er rief nach mir. Er rief nach mir. Er rief nach mir. I climbed the stairs. Ich stieg die Treppe hinauf. Ich stieg die Treppe hinauf. Ich stieg die Treppe hinauf. Before I could reach his room, he shouted for me again. Bevor ich sein Zimmer erreichen könnte, rief er noch einmal nach mir. He was stamping his foot on the floor. Er stampfte mit dein Fuß auf dem Boden. Er stampfte mit dein Fuß auf dem Boden. Er stampfte mit dein Fuß auf dem Boden. Are you coming upstairs? He shouted. Kommst du nach oben? rief er. Kommst du nach oben? rief er. Kommst du nach oben? rief er. My uncle was a very learned man. Mein uncle war ein sehr gebildeter man. He studied constantly. Er lernte ständig. Er lernte ständig. Er lernte ständig. He read many books. Er lass viel Büche. Er lass viel Büche. Sometimes he read all night. Manchmal lass er die ganze Nacht. Manchmal lass er die ganze Nacht. His favorite subject was mineralogy. Sein Lieblingsfach war die mineralogy. Sein Lieblingsfach war die mineralogy. I shared his interest. Ich teilte sein Interesse. Ich teilte sein Interesse. I attended all his lectures. Ich habe alle seine Vorlesungen besucht. We had collected many mineral specimens. Wir hatten viele mineralienproben gesammelt. My uncle communicated with many great scientists. Mein uncle kommuniziert mit vielen großen Wissenschaftlern. My uncle was fifty years old. Mein uncle war fünfzig Jahre alt. Mein uncle war fünfzig Jahre alt. He was tall and thin. Er war groß und dunn. Er war groß und dunn. He had large spectacles. Er hatte eine große Brille. Er hatte eine große Brille. He had goggle eyes. Er hatte glubschaugen. Er hatte glubschaugen. Er hatte glubschaugen. His nose was very thin. Sein Nase war sehr dunn. Sein Nase war sehr dunn. Sein Nase war sehr dunn. Er hatte glubschaugen. Er wollte Tabak. Er mochte 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 Tabak. Das Haus lag an einer sehr schönen Strasse. Er lag in Zentrum der Stadt. Es war in Hamburg. Es war ein altes Haus. Es war ein altes Haus. Wanderer e.V. wuchs auf dem Haus. Wanderer e.V. wuchs auf dem Haus. Wanderer e.V. wuchs auf dem Haus. Ein prächtiger alter Baum wuchs über der Tür. Ein prächtiger alter Baum wuchs über der Tür. Ein prächtiger alter Baum wuchs über der Tür. Mein Onkel war reich. Mein Onkel war reich. Mein Onkel war reich. Ihm gehörte das Haus. Ihm gehörte das Haus. He had considerable income. Er hatte ein beträgliches Einkommen. Er hatte ein beträgliches Einkommen. Er hatte ein Patentoktor. Er hatte ein Patentoktor. Her name was Gretchen. Ihre Name war Gretchen. She lived with us. Sie lebte bei uns. I loved mineralogy. Ich habe die Mineralogie geliebt. Ich habe die Mineralogie geliebt. I loved geology. Ich habe die Geologie geliebt. 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 Ich habe Kieselsteine geliebt. My uncle was very impatient. Mein Onkel war sehr ungeduldig. Mein Onkel war sehr ungeduldig. We had flowers. Wir hatten Blumen. Wir hatten Blumen. My uncle would get up early in the morning. Mein Onkel stand früh morgens auf. Mein Onkel stand früh morgens auf. He would pull on the flowers leaves. Er würde an den Blättern der Blümer ziehen. Er würde an den Blättern der Blümer ziehen. Er würde an den Blättern der Blümer ziehen. Er dachte, er könne die Blumen schneller wachsen lassen. Er dachte, er könne die Blumen schneller wachsen lassen. Er dachte, er könne die Blumen schneller wachsen lassen. My uncle's study was like a museum. Das Arbeitszimmer meines Onkels war wie ein Museum. It had lots of minerals. Es hatte viel Mineralien. I knew all of the minerals. Ich kannte alle Mineralien. Ich kannte alle Mineralien. I entered the study. Ich nahm an der Studie teil. Ich nahm an der Studie teil. Ich nahm an der Studie teil. My uncle was reading a book. Mein Onkel lass gerade ein Buch. Mein Onkel lass gerade ein Buch. It was an old book. Es war ein altes Buch. Es war ein altes Buch. The book was written in ancient Islamic. Das Buch würde in alte islandische Sprache geschrieben. A piece of paper fell out of the book. Ein Stück Papier fiel aus dem Buch. Ein Stück Papier fiel aus dem Buch. Ein Stück Papier fiel aus dem Buch. There were mysterious scribbles on the paper. Es waren mysteriose Kritzeleien auf dem Papier. Es waren mysteriose Kritzeleien auf dem Papier. The cook called us for dinner. Der Koch rief uns zum Abendessen. Der Koch rief uns zum Abendessen. Der Koch rief uns zum Abendessen. I am not eating dinner, shouted my uncle. Ich esse nicht zu Abend, rief mein Onkel. Ich esse nicht zu Abend, rief mein Onkel. Ich esse nicht zu Abend, rief mein Onkel. I was hungry. Ich war hungrig. Ich war hungrig. I went to the dining room. Ich ging in Esszimmer. Ich ging in Esszimmer. Ich ging in Esszimmer. Ich sat down at the table. Ich setze mich an der Tisch. Ich setze mich an der Tisch. Ich hatte drei Minuten auf meinen Onkel gewartet. Ich hatte drei Minuten auf meinen Onkel gewartet. I ate veal. Ich hatte Kalbsfleisch gegessen. Ich hatte Kalbsfleisch gegessen. I ate fruit. Ich hatte Wein getrunken. Ich hatte Wein getrunken. I drank wine. Ich hatte Obst gegessen. Ich hatte Obst gegessen. My uncle did not eat. Mein Onkel hatte nicht gegessen. Mein Onkel hatte nicht gegessen. The cook was upset. Der Koch war verärgert. Der Koch war verärgert. She had worked hard to make the meal. Sie hatte hart gearbeitet, um das Essen zu zubereiten. Sie hatte hart gearbeitet, um das Essen zu zubereiten. I ate my uncle's meal. Ich hatte das Essen meines Onkels gegessen. Ich hatte das Essen meines Onkels gegessen. Ich hatte das Essen meines Onkels gegessen. Ich hörte die laute Stimme meines Onkels. Ich hörte die laute Stimme meines Onkels. Er rief nach mir. Er rief nach mir. Er rief nach mir. Ich habe das Essen meines Onkels gegessen.